ARD Text im Auftrag von Funk Mach einen Quick Save, komm mal! Das war die Renneinlage, was du gesagt hast. Ja! Wollte ich halt ständig kommen. Ich wär auch nicht mehr, ich bin jetzt so. Stock! Scheiße! Das ist doch schon oben! Ihhh! Ich muss da rein! Oh Gott! Alter! Ich hab diese Stelle auch damals so tierisch gehasst. Wenn das dem Daniel in der Nische auch so ging, würde dem nie so weit kommen. Ist da was? Ah! Au! Das ist doch recht, Schatz! Das ist doch recht, Ende! Ja! Super! Wie viele Healthpacks hab ich denn noch? Fünf Stück, das ist... Loading! Ohhhh! Ohhhh! Die Frau macht grad Essen! Ich glaub das war's sogar jetzt! Hoffentlich! Na, ich bin gleich hier oben! Wo muss ich denn jetzt nochmal... ...nochmal lang, ich weiß es nicht mehr. Ich glaub das war gut! Zwischensequenz? Nein! Vielleicht kommt aber eine! Hier! Das weiß ich noch! Muhaha! Hier ist glaube ich irgendwo dann... ...Ariens Room! ...Ariens Room! Kräfenmelzer auch! Hier! Das weiß ich noch! ...Ariens Room! So, jetzt geht's wieder weiter! Jetzt ist es in Survival, ne? Das ist ja schon, ne? Ich kann schon mal... Ah! Ich gehe jetzt aber jetzt in Schutz zauber! Da muss man auch erst mal drauf kommen, du. Okay, was soll das jetzt hier nochmal? Der ist ja so cool. Ja, ja, wollte ich gar nicht sagen, das ist doch voll die Hopper. Hey, yo, yo. Yo, Flamme, geh an. Ja, aber so'n Zauber möchte ich auch mal können. Voll tight, hey. Schutzzauber! Oder, nee, Magic Dispel oder so was, glaube ich. Ja. Du bist gut. Genau, damit kann ich zauber dich hier. Jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz braun. Hast du mir diesen dritten Samanta? Ja. Oh Gott. Wow. Alter Schwede. Das sind langsam etwas viele, oder? Ja. Ich habe ja gesagt, ich hasse die. Auf den Tut. Bullets! Den Servants Key hast du jetzt auch gesammelt, ne? Ich glaube, hier gab es nur den Servants Key. Genau, Silver Bullets. Jetzt weiß ich noch verschiedene Munitions-Truppen. Die können jetzt doch alle ein für allemal. Nein, ich glaube nicht. Reins die Munitionsverschweckung. Ich weiß noch nicht, was ich machen muss. Ich brauche nur den Servants Schlüssel auf jeden Fall. Ja, aber es kriegt noch nichts, weil ich glaube, dass die Tür aufmachen. Zurück musst du nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ah. Doch. Ja, man hört eine Scheiße nicht auf. Jetzt. Oh. Wie habe ich denn jetzt noch? Immer noch vier. Richtig. Oh, Mann, Mann, Mann. Genau. Und jetzt komme ich raus. In den Garten. Und dann geht es, glaube ich, ab zum Monastery. Ah, die sind so süß. Das ist so süß. Das ist so süß. Und dann wird es dunkel. Aber da gibt es auch einen Amplifier-Store. Segen wir dich da unbedingt rein. Hier. Nein, spielt er hier. Aargh. Wenigstens sind die anderen Viecher weg. Genau, lieber. Die Spawnen im wenigstens nicht unendlich oft. Doch. Ich glaube, ich habe diesen Drachenkopf nie verwendet damals. Na, Leute, grüßelt euch bis jetzt. Wenn nicht, dann schick ich euch den Bild von der Frau. Jetzt. Hör doch mal. Auf hier. Die Jugend ist echt nicht. Ich treffe nix. Was ist denn heute los? Zerstückeln dich hier. Jetzt reicht es aber langsam. Jetzt, Adler. Jetzt kommt der Frank hier raus. Molotow-Toptail, jawoll. Ich glaube, das Crying hilft dir auch. Ja, ziemlich viel Leifes sogar. Scheiße, hab ich schon wieder geheilt. Jetzt hab ich bloß nur eins. Ja. Ich wollte eigentlich die Zauber wechseln. Ja, ich glaube, das solltest du mal umlegen, dass ich den Knopf später mal... Ähm, wenigstens die Bullets. Richtig viele sogar. Oh, das ist ja sehr gut. Du kannst wenigstens wieder... Oh, schießen. Hier ist irgendwo ein Amplifier-Stone. Weißt du das? Ja. Den will ich haben. Hä? Was? Ach, 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 ach. Das ist gleich schon kurz. Aber hier nicht. Der ist hier. Hört den. Hört den. Oh. Optimal. Ich wollte eigentlich sagen, der ist hier ungefähr. Quick-Safe! Gute Idee. Willst du schlafen, alle? Sooo... Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er sehr müde. Wirklich? Bitte schön. Aber der schläft jetzt nicht. Der nette, fesche, alte Mann hier. Da ist er ja. Wie fesch! Was kannst du mir erzählen über Lisbeth? Ich habe gesehen. Ich habe gesehen, poor Lisbeth, auf der Heather. Wenn? Ich war zurück zum Mann her, und ich sah eine Silhouette, auf der Helle. Ich dachte, es war ein Banshee. Aber ich sah eine Glimpse, von der Familie Mausoleum. Es war Lisbeth, der Liebe. Familie Mausoleum? Es ist zu dem westen der Main House, durch die Trenge. Ist das nahe der Stand-In-Stone, bei Chance? Stand-In-Stone? Du hast keine Möglichkeit, da raus zu gehen. Es gibt nichts, aber schlechte Glück und Gefahr für alle, die das Land besucht haben. Ich werde die Garten auf die Außengründe aber ich versuche dir, dass die nach der Stand-In-Stone nach der Stand-In-Stone Ist sehr nett von ihm. Und dann kriegt er auch eine neue Waffe. Ähm. Ähm. Genau. Das war's genau das. Und dann bekomme ich endlich die Shut-Gun. Juhu! Mausoleum, unsere erste Level-Transition. Also, große Level-Transition. Einladend. Ach ne, ich krieg glaube ich hier noch gar nicht die Shut-Gun. Das krieg ich jetzt noch einen Weg zum Monastery. Jetzt bekomme ich aber einen anderen Zauber. Irgendwann. Das war ein Turn und dead. Ich bin voll der Fahrleute. Ich bin voll der Fahrleute. Nismeth! Du bist nicht mehr. Na na na. Ja, ich bin für sie mehr eine Mahlzeit als jemand. Aber ich lieb dich doch. Na, die Nismeth war auch immer mein Lieblingscharakter. Ich war immer so traurig, als sie sie töten mussten. Tagelang geweiht. Aber ne schöne Landschaft. Dystopisch. Oh ja. Fällt mir gut. Irland. Na? Nächste. Am Anus. Ich mach den ganzen Boden dreckig. Ich hab voll die Scheiße in den Kreiskreis. Naja, du hast ja noch genug Muni. Hm. Nur noch ein Health. Aber zwei Vials, oder ne? Oder nutzen die sich gleich auch? Die Vials nutzen sich glaube ich gleich auch, aber ich sehe sie im Inventar nicht. Ja, auf LikeMare ist das Spiel nicht so einfach. Wenn man es sich vielleicht wünscht. Oh. Oh. Ich hätte noch ausweichen können. Ich bin ein Idiot. Dummer Daniel. Das war's für heute.